Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar, du hast die roten Baumsterne gegessen. Er die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne, Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und dann süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Pterano kennt Blattfresser, die kennt Blattfresser, die geästert ist und hat Unglück bekommt. Onkel Pterano, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. mehr weiß. Sarah! Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist! Das war eine steinstarke Abkürzung. Na ja, ich hatte recht. Wow! Also schön, Pritzia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen. In etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Pritzia, jetzt reicht's aber. Also mit deinen Hinterbeinen paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Na ja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu drei Hörnern. Aber dank dir will Baby Tritzia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein. Ich will doch nicht, dass Tritzia etwas passiert. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Gut. Dann zeigt Tritzia, wie man schwimmt. Ich sag's ja nur ungern, aber ich hab Hunger. Hm. Yummy, ein Bodenkrabbler. Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich hab einen Dino-Hunger. Oh, ich liebe die Tage des fallenden Wassers. Ja, das tue ich, das tue ich. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tritzia. Diese Plansche haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tritzia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Und was? Jomper. Und er futtert die süßen Blasen auf. Dabei mag ich süße Blasen nicht einmal. Ich kann's kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Jap, jap, jap. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Wow. Das hat Spaß gemacht. Zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderlach. Hi. Hi. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Jomper. Ich fliege? Na ja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön. Mir versucht mal. Mir geht's auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Jomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Für dich, mein Schatz. Oh. Danke, Tapsilein. Erwachsene. Siehst du, Zera? Drei Hörner können alles erreichen, was sie wollen. Und sie machen es immer am besten. Ich glaube zwar nicht, dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Oh. 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 Nein, nein, nein. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich schaffe das schon. Oh. Oh. Halt, Baumstamm. Halt, halt, halt. Ich falle gar nicht runter. Ich laufe. Los, Baumstamm. Los, los, los. Ja, los, wir. Zu hier, zu hier. Los. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Ledley, fort. Ich spiel ihn zu dir. Middelfott. Ich frei, passt zu mich. Wie du willst, der ist für dich, Pietri. Äh. Mir hab ihn. Jaaah. Oh. Oh, Tor! Steinstarke Sache, Petri. Das nenne ich Mannschaftsgeist. Also ich nenne das Zufall. Also schön, das Tor zählt, aber vergesst nicht, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ups! Spiky! Schnell, gib ab zu Ducky! Ich bin frei! Japp, japp, japp! Wow! Hey, was ist denn das? Oh!